Das da! Oh ja, das sieht schön aus! Okay, Mädels, lass mich kommen. Klar, jetzt haben wir einen Text und jetzt haben wir den Ablauf. Aber denkt, wir brauchen wieder auch diese Reaktionen. Was sagt sie am Anfang? Sie sagt... Ich? Nee, wenn sie reagiert, dann nicht weiter. Ach so, äh... Ja, sie lacht. Und sie lacht. Und das muss ich deutlicher sehen. Ich weiß, das ist schwierig, ohne Text. Aber ich muss kurz sehen... Redest du jetzt gerade mit meinen Kleidern? Meinst du mich? Wo sie dann wieder eben sagt, ich küsse es dir. Oder irgendwie, ich färbs um. Okay. Bitte nochmal von vorne. Aschenbrillen, du Kaimaus. Wie seh ich aus? Seh ich das an? Zu lila. Gut. Anna, pass auf. Wenn sie dir sagt, das Kleid passt nicht, wie reagierst du? Ja, ich bin erschocken. Ja, richtig. Also das will ich sehen. Das heißt, halt das Kleid hin. Und wie schaut's aus? Was machst du? Ich? Äh... Darf ich dann lachen eigentlich? Jetzt kommt das Lachen. Ja. Und es kommt deutlich das Lachen, sodass du reagierst mit... Äh... Soll ich dann kurz damit anfangen zu lachen, wenn sie lacht? Äh, wenn sie nicht lacht. Genau. Also wir machen es so. Du siehst es gleich. Du lachst. Es kichert. Mach mal. Kichern. Kurzes Entsetzen. Aufhören. Und selber nochmal hinhalten. Gucken. Und dann kannst du wieder mit einsetzen. Okay. Ja. Versteht's, wie ich meine? Dass man am Schluss sieht, ah, die Chemie stimmt doch eigentlich. Ja. Ihr würdet jetzt beide eigentlich in so eine Phase kommen, wo ihr sagt, ach mei, da könnte eine Freundschaft entstehen, aber was passiert? Bumm. Die Chemie stimmt. Ich schaffe nicht. Ja. Nein. 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 Schönen. Ja, das ist groß. Ich weiß nicht, was damit wir... Ja, wenn ich die oberen Nummer der Exacten verfolge... Das hätt auch gebraucht. Ich weiß, man schau sie, lass mir auf, die auf. Ja, da bist du groß drauf. Ja, du hast ja groß drauf. Was jetzt? Ich mein doch, das große Krepp-Eisen von dir nicht. Geht auch schnell. maybe. Eine locken braucht man immer unbedingt. Das ist neu, bloß eine Wende. Ja ich meine, sonst kann ich es ja eh mit daheim machen. Das wäre jetzt ein kurzes. Nein, ich gebe dir mal eine große... Absurdigkeit. Eines wach. Ja. Die Kräse. Was ist denn dein Kleid, was du da hast? Ja, die sind gut, sowieso immer so Hölpler. Es liegt auch am Fensterbild. Und das ist total so gelieb. Aber das ist kein Fenster. Und Ball ist gold. Was ist mit Corsage? Aber man hat gesagt, Corsage, das hat viel ausgeschnitten. Das ist schon dünnig. Kannst du mir ja mal ein Foto schicken, wenn es lustig ist. Das ist vielleicht das Prima. Mach dir ganz viel mit der Hanna. Da muss ich noch mal einen Weinabend halten. Aber zum Leben. Probe auf. Die Juna. Stoß dazu, bitte. Ja, da aufs Fensterbrille. Mhm. Juli. Das ist die Reaktion. Guck mal. Du bist vor der Kugel. Du hast die Reaktion. Ja, mal schauen, was heint. Gell. Ja, mal schauen. Ja, mal schauen. Ja, mal schauen. Ja, dann komm ich zu mir. Warte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020